und wenn es so ein bad-ass ist aber ich sage letzte runde kommt ja hundertprozentig Nein, ich bin nicht verwendet. Dann sag ich Bartlett University. Dann gehe ich dann... Ich fände eigentlich Bank 3 ganz geil. Bank wäre auch ganz nice, aber ich bin gegen zwei aus dem Klan aus Murphs. Jaaaa! Oh mein Gott, ich hasse diese Neck. Die ist doch voll gut eigentlich. Ich meine, du hast nie genug Wände. Aber du hast viele Treppen und kannst schön flanken. Die Gegner wegflanken. Die ist doch eigentlich was sehr nicees. Von der Niceigkeit her. Ja, das ist schon eins nice im Map. Eins nice im Map. Um den Behinderungsstatus hier auf Maximum zu heben. Oder in anderen... Ihr wart das, wo der eine Kollege vom Chef angeflogen wurde, ob du behindert bist, hab ich gefragt, ne? Irgendeiner bei der Feuerwehr hat mir irgendwann nicht aufgepasst und wurde dann vom Chef gefragt, ob du behindert bist, hab ich gefragt. Das war's garantiert, ihr. Weil ihr behindert seid. Nein, weil ihr bei der Feuerwehr seid. Julian, bitte. Nicht so beleidigt. Aber wir haben drei Schild, wir können auf jeden Fall dreimal den Castle Trick machen, theoretisch. Oh, ausgesetzt es ist keine Doppeltür da. Nur offense. Oh, ne. Wir müssen den Bio-gefahrgutbehälter schützen. Oh, ne. Dann bitte wir es dir. Ich geh oben zu machen. Oh, ne. Warte, ich hab nur nicht die Lust, die Idee. Stöße damit aktiviert. Ah! Stütz-Mode ist Schrott. Stütz-Mode ist Schrott. irgendwie ging das doch bitte ich habe noch nie zu gemacht gehabt jetzt muss ich alle drei kässe türen zu machen seit ich war schon längst aus dem raum raus ich fühle mich nicht angesprochen die trittschule fährt in die ecke wo ich die kessel die 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 weg mit der Camp platziert hatte. Ich zerstöre ihn, dreh mich um, BUM PAM 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 PAM! Ich lag hinter der fucking Deckung, als ich an der Job bekommen habe. Das Mut kannst du wegnehmen. Junge! Du leckst ja gar nicht an, ey. Und leg das da hin. Wie einfach! Der Spray der Nation! Ich hätte zurückpistolen sollen. Wahrscheinlich hätte ich den eher gelegt als er. Aber ich war auch am Nachladen. Boah! Ich hab mich aufgeregt. Wollten wir eigentlich auf den Oberschen geschlagen, dann haben wir glaube ich selber in die Eier geschlagen. Das Mute. Das wär intelligent. Legst du dann da hin. Hier muss aufgegangen. Ja, Obergeschoss. Schwitsch, da wo ich markiert hab. Sie hat gerade die Camp verlegt. Sie guckt immer noch in deine Richtung. Wo denn? Da wo ich markiert hab. Gut gemacht. Da kommt noch wer. Nein, zu mir sehe ich keinen. Und ich hab meine Camp bei dir im Vorraum. Da ist keiner hier mehr. Ich hab den Flur definitiv im Blick, da ist keiner. Fuck. Das war oben von der Lukas. Die von der Lukas. Wenn du so in die Ziele gefährdet bist, kletterst du die Leiter hoch. Ach, da ist schon auf. Oder Jan. Oh, Jan. Sagst du das bei uns schon auf ist? Da hat Jan durchgeschossen. Ich mach weiter die Camps, dass dir keiner in den Rücken fällt. Keiner im Flur. Der Rest legen kannst du in den Unbrauchbar. Tritt in. Ach um. Gut. Gut gecallt, Rollo. Ja. Man hört dich bis zum Abwinken, Jan, ne? Ich sag's dir nur so. Alles cool, du machst das gut. Mach wie du dich wohlfühlst, du lagst da ganz gut, meiner Meinung nach. Der bringt an. Ja, aber einen Termin machen wir mal. Geh jetzt hinten in die Ecke. Da wo das gemeldet ist. Das ist schnell ich, ne? Nein, nein, ich bin jetzt beim Jan. Ich hab deinen Rücken. Also du kannst nach vorne gucken. Wir gehen aber langsam zum. Julian, geh die Treppe runter. Da ist ne Treppe, die gehst du. Ich höre es aber auch. Geh, rechts. Ja, Treppe runter. Dann läufst du den Gang entlang. Mach einfach. Jan hat mich sehr lange. Schlag. Weiter laufen. Wenn du gleich um die Abbiegung gehst, jetzt würde ich langsam werden. Direkt rechts geht gleich ne Treppe hoch. Der Ding hat ein Scharfschützengewehr. Da. Der Autops verbleibt. Okay. Guck genau dahin. Nein, weiter rechts. Zieh weiter nach rechts. Weiter rechts. Der kann nur von rechts kommen. Der war in der Ecke. Das ist nicht rechts. Ganz ehrlich, was war das denn für ein Typ? Der hat ein Typ. Bei mir hat er gesprayt. Bei dir hast du ihn halt leider nicht gesehen. Und anscheinend hat Jan ne Links-Rechts-Schwäche. Ja alter, der Typ hat die ganze Zeit auf mich gezielt. Das war, wie er mich gehört hat. War ziemlich krass. Ich hätte warten sollen. Ich hab kurz überlegt, ob ich warten soll. Dann bin ich rausgelaufen. Ich hätte einfach da warten sollen. Wird zwei Leute sagen, hat Jan uns gemutet oder ein Headset-Ausfall? Bevor ich ihn anfange zu beleidigen, frage ich erstmal, ob er vielleicht technische Probleme hat. Er redet auf jeden Fall nicht. Doch er hat auf jeden Fall Sound. Das sehe ich. Das ist wie bei Kursi. Die liegen alle um die Bombe rum, die entschärft wird. Und wir sagen ihm, komm! Und er hoppt sich hin und schleicht los. Weil er eigentlich kurz zu sterben. Vor allem hat die erste gute Kehle gemacht. Aber im Engel, geistig AFK ohne Ende. Und ich hasse nichts mehr als in den ersten 10 Sekunden zu sterben, weil irgendeine scheiße Russia ranläuft. Das Casino. Ein Fenster einschlägt und einfach durchschloss. Und ich hab mich direkt auf Boden gewaffelt. Ja, auf jeden Fall Frost und Smoke. Aber wie kann ich sie nicht entdecken? Jetzt kann ich sie nicht entdecken. Oh, das ist gut. Und das Smoke. Und irgendwie fehlt noch. Stimmt, hat mir aber so ne Scheiße. Ich rieche gleich. Und dann kann man wahrscheinlich morgen in der Zeitung lesen, äh, Jugendlicher aus Münster Kopf seine Organe aus. Die Erste stehen vor allem Rätsel. Magazin wechsel! Ist ja lustig. Ja. Scheinbar hat er ja im Wagen Geschwür. Mir nach. Äh. Ist das wirklich so passiert oder haben uns das alles nur frei ausgedacht? Ja. Lade Magazins! Er fällt uns nicht auf demottaert. 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 Der war halt nicht auf demottaert. Oh, Jan, Jan! Nein, er war halt nicht! Oh, meia! Er hört uns nicht. Er ignoriert's einfach! Das ist glaube ich wahr sein. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er hört uns. Dieser Jäger ist einfach ne Schwuchtel. Lade Magazin! Nicht nur Jäger, das ist auch Frost. Axis ist leider gar nicht geschockt, weil die, die sehr nah dran ist. Wo ist die? Ja, und raus! immer noch da oder die ganze zeit stehe ich ein bisschen schön wie das ist wie die waffe klickt wenn er geschossen ist dann gespielt das ist doch ein witz also sorry niklas das war ich das war ein witz ja genau auf meinem kopf ja der war andererseits aber er kommt immer raus und dann draußen der ist einfach so krass du hast du deinen schild hält den ersten hat auf einer ist da wo der ich würde ich würde dir sogar warten vielleicht mehr herum zu gehen weil die anderen leute die dann wird sie am raschen der wager da hinten der bitte auch nicht angezeigt das spiel denkst du scheißdorf besser ja schon weiß machst du den leuten nur mehr auf wo die raus ja ich weiß ich will ja da rein und nicht mehr vorarbeiten einer ist im raum und anders glaube ich die etage drüber oder ist gerade von unten von oben von der lette runter gesprungen müsste jetzt direkt vorliegen genau so wie es für ein scharfschützen gewähre nein 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 ich meine nur einen schuss abgegeben hast das wird auch sehr viel cooler ich habe nicht gedacht dass das klappt aber okay jetzt habe ich so geplant naja es war in hoffnung aber ich hätte nie gedacht dass es klappt kommt der lügerei her und so kühl des monats kühl des monats da war doch einer das ist noch 40 sekunden bleibt und 20 leben rollo einer ist im raum der ist direkt wenn du jetzt wegst du siehst du darf nur rauben ja er macht anders und da ist die tür noch zu das heißt alles sicher du sollst du noch laden da ist dreckiger neger erfolgreich er macht aber der typ werde ich sagen aber das war zu easy aber ich das ist nicht ohne eigentliche doch was haben würde ohne du bist eingestellt julian alles in nein ich will ich will rollo vor allen dingen der sagt ja die sind safe unten ganz oben sind sie hey wenn man unten startet und das also unten weiter unten als unten startet und dann das mut schon hört dann denkt man nicht dass sie ganz oben braucht man die platin trophy und ich habe es ewig nicht hingekriegt irgendwann war gar nicht sich an lag einer an bluten da habe ich dann einfach eine sprengladung neben den gelegten gilt aber ganz ernst in dem moment kameras war schon sagt dass ich mir die wollen doch wissen wo ich bin die werden es merken und wenn dann einer kommt dass ihn vielleicht und zwar ja ich war sehr lucky sehr sehr lucky der steht hier rechts oben von uns rollo bist du aber in diesem spiel ist nicht wieder alles da haben von daher aber ganz während du kannst ja mal versuchen das lade ich auf der facebook-page von rainbow six hoch als geile montage was haltet ihr davon aber ihr müsst ihr noch irgendwer müssen noch eine haben kann man hier abends mal wo denn da bitte jetzt fang ich wahrscheinlich hat die einer von euch eingeschossen gut einer schon drin und zwar im casino auf in der nähe des casinos pass auf prestig ich glaube er ist auch hier was aufgehen und kapital näher sich schön rollo hauptsache du hast deine lieblingswaffe das ist das richtige das klingt nach dem feuergefecht das klingt nach kessel ich hab nicht geschossen ich hab nicht geschossen oh dann war es rollo ich hab nicht geschossen ey wer steht denn hier ich sehe Soundbugs nicht auf dem arsch ja wollte ich sagen das müsste mute sein hinter dir es wird eingeschlagen wie hat er mich jetzt von der anderen seite ja das war ein scherz das hat knapp f*** dich gut Julian könnte sein dass da noch einer ist ich mach den flur ich helfe dir wenn du willst dann kannst du dich rechts drauf konzentrieren da ist einer da ist einer ich hab eine bewegung gesehen nur noch ein gegner übrig der letzte müsste bei dir sein Julian das ist unlieblich ich stand da einfach nur so rum rollo wenn du die treppe hochkommst könntest du einen reinlaufen entfleck dich mit dem scharfschützengewehr Julian flankieren vielleicht er fährt sich ja hat sie erledigt ok lord vada du gerade mit der sprengladung äh mit der duftgeakt hast ja ich hatte ihn vorher schon einmal angeht das hat mir jetzt nicht gesehen da hat er nicht mehr viel trotzdem machst du mit der wache sehr wenig schaden er ist gar nicht so schwach er ist schwach ich weiß gerade nicht wie viel sie macht aber nicht so schwach wie man denkt meine ich verstehe ich jetzt IQ ich glaube schon es ist nur noch warum das ist noch gar nicht so schlechter ich glaube ich aber sollten sie haben können wir nehmen jetzt konnte du bist du auch direkt als so schlechte charakter zeichnen wenn er die schule und einfach ein rush mit vier anderen dann ja dann macht es einfach die menge der schrubkugel die dich durchsiebt und nicht mehr den aim ja jetzt sind wir da wo wir waren smoke äh smoke gemütlich smoke ja ja meko und rikun meko 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 weißt du einer woher die mako kolo kommt ich habe ja äh google weil es mich interessiert weißt du was was ich dieses wo man marken und ein anderer mit polo antwortet wow jod mit sportfilter 5 sekunden bis 1 ja was hat im spiel richtig ein spiel in schwimmlädern wo einer die augen zu machen muss und dann halt sich im prinzip ja mann unter wasser und so verstecken und von zeit zu zeit sucht der darf der suchende Marco rufen und die anderen antworten mit polo je länger man braucht umso mehr Leute schwimmen dann irgendwann an der oberfläche und die kannst du gleich da finden nein die dürfen natürlich in luft holen aber das könnte man hier gibt es ja die erst mal nie das einzige wo wir aufpassen müssen sind frost fallen das klingt bei dir ja es klingt wie kann einer jolo wollte ich jetzt schon sagen rollo helfen gehen ich kann mit einem jolo ich habe einen auf jeden fall sehr stark angehlt und das muss echo gewesen sein er war auf der treppe ist nach oben weil ich lehne sie jetzt eh wieder raus und geben wir den headshot Julian bitte nicht so optimistisch du kriegst einfach so einen headshot irgendwas geht oben auch hast du gerade was eingeschlagen Julian gerne ok ich bin so tot irgendeiner kommt raus Julian wahrscheinlich eine etage unter uns pass auf Jan wenn du da weiter runterläufst Jan wer ist eigentlich twitch und macht hier nicht die ganzen Kameras bis gewohnt Jan aber das twitch ist jetzt nicht primär wichtig wegen den Camps kriegt man ja auch so schön prestig das war der fucker Jäger Alter jetzt bist du so dumm die sind beide der Camp die sind beide der Camp mitten im Raum Alter das ist so geil dass man die echo-drohne hört ein gegner verbleibt alex habe ich vorgehen den raum sicher ja geholt er mich noch weil ich zu langen gebraucht habe um die stelle zu zerstören mit 21 punkten aber war ein guter ja schießt sein team natürlich dafür ist eigentlich abzug verdient ich glaube ich schneide das zusammen alles mit headshot übrigens auf jeden fall lustig 10 1 3 5 5 6 6